Botschaft der heiligen Jungfrau Maria, an ihr geliebte Tochter Luz de Maria 2, März 2018 Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens, möge das Licht meines Herzens euch stets leuchten, damit ihr euch nicht von meinem Sohn trennt. Als Königin und Mutter halte ich für Sprache für jeden von euch. Geliebte Kinder, ich wende mich gemäß dem Willen der Dreifaltigkeit und der göttlichen Liebe an euch. Ich rufe euch auf, eure Sinne zu erneuern, damit er sie vom irdischen trennt, das den Menschen unaufhörlich verfolgt, insbesondere durch das Fleisch, sodass er große Abscheulichkeiten verübt. Satan hat die Menschheit in die von ihr ersinkte Zügellosigkeit getrieben, um dem Antichristen den Ehrboden zu bereiten. Im Laufe der Geschichte der Menschheit gab es Antichriste, die Nationen gegeißelt, Millionen von Menschen den Tod gebracht und unter Missbrauch menschlicher Geschapfe und vorstellbar abscheuliche Taten begangen haben. Diese Antichristen haben große Nationen ins Natrium gesturzt, grausame Experimente mit dem Menschen angestellt, Katastrophen und öflische Übergriffe herbeigeführt. Einige Nationen und Völker sind Zeugen dieses Verhaltens. Sie leben unter dem Missetan dieser Antichriste, die den großen Antichrist erahnen lassen, der nicht nur für einige Länder sondern für die ganze Welt zur Geiste werden wird. Dass die meisten Regierungen weltweit zu großen Weltorganisationen gehören, ist eine der Strategien der Freimaurerei, der Illuminaten, der Mächtigen der Welt, die das Ziel verfolgen, die neue Weltordnung einzuführen, in der die Religion des Antichrist, des Satanismus, herrschen wird. Die Weltwirtschaft wird die des Antichrist sein. Die Gesundheit wird von der Unterstützung gegenüber dem Antichrist abhängen. Alle werden frei sein, wenn sie sich dem Antichrist ausliefern. Man wird ihnen die Nahrung bereitstellen, wenn sie sich dem Antichrist hingeben. Das ist die Freiheit, der sich diese Generation hingibt, die Unterwerfung gegenüber dem Antichrist. Ihr bewirkt ein ständiges Leiden meines Sohnes, da ihr voller Verachtung gegenüber dem Leben so viele Unschuldige seid, denen man den Tod bringt. Die unbehindert zugelassenen Abtreibungen entsprechen der Verachtung des Lebens sind schwere Sünden gegen den Heiligen Geist. Die Frau hat ihre Scham verloren, ihre Bekleidung in den Städten, denn der zur völligen Entlassung und der Mann wird zu einem schrecklichen, menschlichen Raubtier, das auf das Fleischliche fokussiert ist. Der Mensch ist allem Fleischlichen zugewandt und ist ihm gegenüber nachgiebig, wobei er vergisst, dass je mehr er es zulässt, in diesem Zustand versetzt zu werden, desto stärker er von den gefallenen Engeln ergriffen wird, die auf Erden sind und die Menschheit fortwährend in Versuchung führen. Ihr befindet euch in einem sehr gefährlichen Augenblick, in dem das Heilige nicht mehr heilig ist, das Profane nicht mehr als profanes Geld, die Sünde keine Sünde ist und der Gehorsam vom Ungehorsam gegen meinen Sohn überschattet wird. Die Frau verachtet mich, da sie Zügellosigkeit wünscht, und ich werde in karnevalisten, skandalösen Szenen und als Sünderin dargestellt. Mir tun diese Menschen leid und ich suche nach ihnen aus großer Liebe. Sie sind Gefangene des Bösen und wenn heute ein heiliger Priester den Ritus des Exorzismus bei ihnen anwenden würde, würden die Dämonen zur Überraschung aller entfliehen. Diese Generation lebt in Zeiten vor der Ankunft des großen Überbringers der größten Katastrophe, die die Menschheit seit ihrer Bestrafung durch die Sintflut erlebt hat. Diese Ausschweifungen, mit denen die Menschheit lebt, sind Bestandteil des hinterlistigen Plans des Teufels, Seelen an sich zu reißen. Die Freiheit, an die die Menschheit appelliert, ist dieselbe, die diese Generation ins Chaos, in die Abkehr von Gott und letztendlich in die Missachtung des göttlichen Gesetzes, der Sakramente und der Werke der Barmherzigkeit stürzt. In diesem Moment waren der Himmel den Menschen weiterhin vor der Sünde und ihren verschiedenen Ausprägungen, durch die das Volk Gottes getäuscht wird. Noch ist nicht alles verloren, denn es gibt Seelen, denen es nach der Liebe Gottes dürstet. Seelen, die sich der Liebe Gottes hingeben. Seelen, die den Willen Gottes tiefer ergründen, um auf dem stürmischen Weltmeer der Sünden zu überleben. Seelen, die ein Wort, eine Gäste, einen Aufruf brauchen, um sich zur Umkehr zu entschließen. Seelen, die unermüdliche Kämpfe gegen das Böse sind. Seelen, die irgendwann umkehren werden. Ihr erhält keine Neuerungen oder Änderungen in Bezug auf die Heilige Schrift. Ihr erhält ständige Warnungen, um aufzuwachen und euch nicht im Schlung der Hölle zu verlieren. Dies ist der Moment, vor dem ich euch bei meinen vorherigen Erscheinungen gewarnt habe. Dies ist der gefährlichste Moment für euch als Menschheit. Aus diesem Grund und Trotz all der Ungläubigkeit und des Spots gegenüber den Rufen aus dem Hause des Vaters, wird der Himmel nicht verstummen. Ihr müsst die Beziehung zum Hause des Vaters stärken, müsst mit dem Herzen beten, müsst in Verbindung mit meinem Sohn leben und ihn gebührend vorbereitet empfangen, müsst immerzu bei meinem Sohn bleiben und das Gesetz Gottes erfüllen. Geliebte Kinder meines unbeflegten Herzens. Der Kommunismus schrumpft nicht, sondern wird größer und gewinnt an Macht. Lasst euch nicht verwehren, wenn man euch das Gegenteil erwähnt. Der Kirche meines Sohnes wird großes Leid wiederfahren. Italien wird von der Natur überrascht und infolge eines Vulkanausbruchs zum Opfer des Grauens werden. Die Provokationen im Mittleren Osten werden aufhören, nur, mehr Provokationen zu sein. Die Läuterung der Vereinigten Staaten setzt sich fort. Die Natur gönnt keine Ruhe und ein Beben war in diese Nation. England wird eine Tragödie erleben. In Frankreich und Spanien wird der Terrorismus weiterhin Waffe des Leids sein. Geliebte Kinder meines unbeflegten Herzens. Wendet euch nicht von meinem Sohn ab. Ruft nach mir, und ich werde sofort kommen. Bittet um den Schutz eurer Wehrgefährten, Schutzengel, und die Fürsprache der Heiligen. Dies ist der Moment der Wehrrufe. Oft 8,13. Mein Herz ist die Arche des Heils. Kommt zu mir, und ich werde euch unmittelbar aufnehmen. Ich liebe euch. Mutter Maria Ave Maria, Vollreinheit und ohne Sünde empfangen Ave Maria, Vollreinheit und ohne Sünde empfangen Ave Maria, Vollreinheit und ohne Sünde empfangen Kommentar des Mediums Brüder und Schwestern Kinder, es ist die letzte Stunde. Ich habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichriste gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns. Denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Es sollte aber offenbar werden, dass sie alle nicht zu uns gehörten. Ihr habt die Salbung von dem, der herrlich ist, und ihr alle wisst es. Ich schreibe euch nicht, dass ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern ich schreibe euch, dass ihr sie wisst und dass keine Lüge von der Wahrheit stammt. Wer ist der Lügner? Wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christ ist. Das ist der Antichrist, wer den Vater und den Sohn leugnet. 1 zu 2,18 bis 22. Amen.